Hallo, ich bin Robert Freund, ich bin selbstständig, bin für verschiedene Unternehmen tätig. Meine Themen sind Projektmanagement, Innovations- und Wissensmanagement. Ich bin ein geselliger Mensch, ich arbeite gerne mit anderen zusammen, am liebsten face-to-face oder über digitale Plattformen. Der Zertifikatslehrgang Projektmanager Agile IHK hebt sich vom Marktangebot ab, indem er nicht nur ein, zwei Tage durchgeführt wird, sondern über insgesamt sechs Präsenztage und Online-Phasen. Die Schwerpunkte bei dem Lehrgang sind ein tieferes Verständnis von Agilität, die Rahmenwerke wie Scrum besser zu verstehen und anwenden zu können und agiles Projektmanagement zu skalieren. Das werden wir alles thematisieren und anhand von Fallstudien und Fallbeispielen auch praktisch erarbeiten. Der Zertifikatslehrgang Projektmanager Agile IHK richtet sich an alle Branchen und an alle, die an einem agilen Vorgehen interessiert sind und wenn sie in ihrem Unternehmen komplexe Problemstellungen haben, also komplexe Projekte, Unsicherheiten in ihren Projekten, dann ist das der richtige Lehrgang für sie. Jetzt haben wir viel über den Lehrgang, über die Inhalte und den Ablauf gehört. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der IHK Köln. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Lehrgang persönlich wiedersehen würden. Bis dann!